Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, der allerletzten Episode im Jahr 2021. Ja, weil nächste Woche oder nächstes Wochenende, der nächste Sonntag, das ist ja dann schon neues Jahr, das ist ja dann schon 2022. Und es klingt für mich immer noch absurd darüber nachzudenken, dass wir gerade das Jahr 2021 hatten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, nächstes Jahr ist dann 2012 oder 2013. Aber naja, die Jahre verfliegen jedenfalls und das merkt man, das merkt man im eigenen Alter, das merkt man auch daran, was so passiert um einen herum. Aber sprechen wir doch heute mal mehr über das Jahr 2021. Ja, natürlich jedes Jahr zum Jahresende sind Jahresrückblicke sowas Stereotypisches, sowas Mainstream-mäßiges, sowas ganz Übliches. Aber ich finde, das hat auch etwas Gutes. Ich glaube, dass diese Jahresrückblicke, egal in was für einer Branche, egal wie ausgeführt und egal in welchem Medium, immer auch etwas Nostalgisches haben, aber auch immer etwas haben, woraus man was lernen kann, vielleicht auch was mitnehmen kann für die Zukunft. Und wenn wir uns mal kurz von diesem Gedanken trennen, dass natürlich Jahre vollkommen willkürlich sind und wir auch festlegen könnten, dass ein Jahr nicht 365 Tage hat, sondern 6209 Tage, dann wird es genauso willkürlich, wie es eben jetzt ist. Also im Prinzip kann man sagen, ob jetzt da 2022 oder 2021 steht, ist vollkommen egal. Aber diese Jahresenden sind insofern ja immer ganz praktisch, weil man dann quasi ein Fazit für einen gewissen Zeitraum ziehen kann, der immer gleich ist. Ein Fazit, was passiert ist, ein Fazit, wie man sich gefühlt hat, ein Fazit, was man erreicht hat oder was man noch nicht erreicht hat, was man noch gerne machen würde, was für Chancen man ergriffen hat, was für Chancen man verpasst hat und so weiter. Insofern eignen sich solche Endpunkte von gewissen Zeiten, die sich immer wieder wiederholen, doch dann auch ganz gut, um zu vergleichen, was ist eigentlich 1921 passiert und was ist 2021 passiert. Aber konzentrieren wir uns doch heute mal einfach nur auf 2021. Das ist historisch etwas einfacher, das ist grundsätzlich etwas, naja, was wir besser vergleichen können mit den letzten Jahren, weil 1921, ich weiß, ich habe eine breite Zuhörerschaft, aber ich glaube, das hat keiner von uns erlebt. Insofern brauchen wir keinen 100-Jahres-Rückblick machen, sondern wir machen jetzt einfach nur einen 2021-Rückblick und natürlich aus alpinistischer Sicht, aus bergsteigerischer Sicht, aus der Sicht von mir als dem Beobachter, der die letzten 365 Tage sich sehr viel mit dem Alpinismus mal wieder auseinandergesetzt hat, selbst weniger aktiv war, als ich es eigentlich sein wollte. Denn, naja, ich war ja einen Großteil des Jahres mit Verletzungen geplagt, das ist jetzt aber auch abgeschlossen. Insofern, naja, beschäftigen wir uns einfach jetzt mal mit all dem, was so passiert ist. Ich möchte mich an dieser Stelle aber nochmal kurz vorher entschuldigen für den Ausfall letzten Sonntag. Da war es wegen einem gesundheitlichen Notstand nicht möglich, eine Podcast-Episode rauszubringen. Aber jetzt ist es das wieder. Insofern freut es mich, dass ihr vielleicht diese letzten zwei Wochen positiv, produktiv nutzen konntet, dieses wunderschöne Wetter. Und ab jetzt sollte es wieder ganz normal einmal die Woche stattfinden. Was ist denn so passiert 2021? Naja, wenn ich so zurückdenke, jetzt mal ganz ohne Konzept, ganz ohne eine Liste, dann wäre das Erste, was mir einfällt, was wirklich Schlagzeilen im Alpinismus gemacht hat, dieses Jahr die K2-Winterbesteigung. Eine ganz, ganz große, erfolgreiche Geschichte, über die wirklich unfassbar engmaschig berichtet wurde, auch aus den nicht-bergsteigerischen Medien, klar, alpin.de, bergsteigen.com, Red Bull und so weiter, die haben dieses Thema natürlich mitverfolgt, aber auch die außerordentlichen, oder diese außerordentlichen, aber diese außerbergsteigerischen Medien, die typischen Nachrichten, die klassischen Zeitungen, die haben das auch mitgenommen. Und das ist etwas ganz, was Ungewöhnliches. Also wenn es der Alpinismus mal schafft, wieder quasi im Rampenlicht der Gesellschaft zu stehen, nämlich der breiten Öffentlichkeit, also bei Zeit und der Süddeutschen und der Bild-Zeitung und was weiß ich nicht, überall unterzukommen, dann weiß man, oh, da ist tatsächlich mal wieder nicht nur etwas ganz normal Großes gelungen, sondern etwas gigantisch Großes scheinbar. Und ja, die K2-Winterbesteigung, die war tatsächlich etwas ganz, ganz Großes. Sie war ein Riesenprojekt, sie ist schon oft gescheitert und deswegen war es natürlich auch für alle Beteiligten wahnsinnig wichtig, das jetzt endlich zu schaffen, möglichst verlustfrei, sage ich jetzt mal ganz objektiv formuliert. Keine Menschen sollten sterben, aber ja, ganz so war es ja dann doch nicht. Vor allen Dingen, wenn man die lange Geschichte der Winterbesteigungen dieser Achttausender betrachtet, da sind natürlich unzählige Menschen dabei gestorben, denn es war eben immer schon eine riesige Herausforderung, auf den höchsten Bergen der Welt im Winter unterwegs zu sein. Auch der K2 war da keine Ausnahme, nein, ganz im Gegenteil, er war einer der schwierigsten Winterbesteigungen, weshalb sie eben letztlich bis zum Jahr 2021 auch ausstand. Aber sie wurde ja tatsächlich absolviert, es war ja ein großer Erfolg, ein vor allen Dingen nepalesischer Erfolg, das muss man definitiv betonen, denn das war etwas Außergewöhnliches, das war etwas, was man nicht oft sieht, das ist quasi eine nepalesische Expedition, das in diesem Stil schafft, auch nicht, weil es jetzt nepalesen sind, also schon, weil es nepalesen sind, aber das hat vor allen Dingen den historischen Hintergrund, dass wir ja wirklich wenige nicht westliche Bergsteiger im Himalaya bis jetzt hatten, die Rekorde verzeichnen konnten. Also Reinhold Messner als Italiener, Peter Habeler als Österreicher und so weiter. Klar, wir kennen diese Geschichten alle, aber deswegen war es etwas Besonderes und es vor allen Dingen war es ja nochmal etwas Besonderes, weil es ja wirklich quasi eine Erstbesteigung war. Niemand wusste, wie der Gipfel des K2s im Winter aussieht, man hatte vielleicht höchstens eine Idee, aber definitiv wusste man es nicht. Insofern ganz, ganz großes Kino, historisch könnte man sagen, so wie die damals auch die Süddeutsche Zeitung berichtete oder es betitelte. Das stimmt auf jeden Fall, der K2 im Winter, das war ein großartiger Start für das Jahr 2021, eine großartige Leistung. Klar, man kann viel auch dazu, ich sage es mal unter Anführungszeichen, kritisieren, aber alpinistisch betrachtet war es eine starke Leistung, jedenfalls. Darüber kann man, glaube ich, nicht diskutieren. Und damit war ein Jahr eingeläutet, in dem eins schon wieder vorbei war, nämlich die großen Herausforderungen an den Achttausendern. Es wurde in den letzten Jahren viel an den Achttausendern probiert, viele neue Dinge, viele neue Projekte wurden probiert und da gelang ja einiges. Also die 14 Achttausender in Rekordzeit von Nirmal Purja 2019. Dann hatten wir jetzt eben die letzte Winterbesteigung. Also es sind im Sommer alle bestiegen, oder was ist im Sommer, aber in den Seasons sind alle Achttausender bestiegen. Es sind jetzt alle Achttausender im Winter bestiegen. Es gibt langsam nicht mehr viel zu tun bei den Achttausendern, was jetzt ganz, ganz neu wäre. Insofern könnte man sich ja vielleicht überlegen, was macht man denn jetzt so in Zukunft in den, vielleicht auch in den Alpen, vielleicht schaffen wir es ja eines Tages auch die Nepalesen in die Alpen rüber und zeigen uns mal wirklich, wie Bergsteigen funktioniert. Vielleicht auch nicht, wir werden es sehen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Und wenn ich so darüber nachdenke, was in den Alpen im letzten Jahr passiert ist, naja, da gab es auch schon die ein oder anderen spannenden Ereignisse, würde ich sagen. Vor allen Dingen in Sachen Speed Essence, da hat sich 2021 ja einiges getan. Ich erinnere an 2020, denn da waren ja zum Beispiel in der Watzmann-Überschreitung die Rekorde, die ja dann für sehr große Schlagzeilen gesorgt haben. Aber auch 2021, da gab es tatsächlich auch alpinistisch anspruchsvolle Speed Essence. Und das finde ich sehr, sehr spannend als jemand, der ja eigentlich immer der Meinung war, gerade mit Ueli Steck starb eigentlich der wirklich, wirklich große Pionier der Speed Essence. Aber es treten immer wieder mal neue Alpinisten in den Vordergrund. Und so war das zum Beispiel auch mit Jonas Heinz, der 2021 die Ortler Nordwand unter vier Stunden durchstieg. Das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Ja, das ist, also was heißt, wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Das ist eigentlich die größte Untertreibung, die man sich leisten kann. Das ist unfassbar eigentlich. Natürlich, die Bedingungen waren absolut perfekt. Das war ein großes Glück, jedenfalls für Jonas Heinz. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, unglaubliche Leistung. Nicht ansatzweise nachzuahmen, zumindest sieht es aktuell nicht so aus. Und dementsprechend auch hier, der Mai hatte in den Alpen für Leute, die sich mit Speed Essence beschäftigen, definitiv was zu bieten. Und nicht nur das, auch alpinistisch betrachtet, das war zwar nicht in den Alpen, aber wenn wir an Heart of Stone denken, Ines Papert und Luca Linditsch, die es geschafft haben, eine Erstbesteigung der Westwand des Mount Huntington zu schaffen, in der Nähe vom Denali, also in Amerika, dann ist das definitiv auch etwas Grandioses, eine coole alpinistische Leistung, eine Erstbesteigung mal wieder. Es ist wahnsinnig selten geworden, dass wir in unserer Zeit, vor allen Dingen jetzt in den 20ern, noch Erstbesteigungen erleben werden. Wir sind an so einem kleinen Plateau ausgekommen, da kann ich jetzt mal ein bisschen ausplaudern. Wir haben ja jetzt so ein technisches Plateau, also wir haben keine großartige technische Weiterentwicklung mehr in den letzten Jahren gehabt. Wir haben in den 10er Jahren und Nullerjahren sehr, sehr viele Erstbesteigungen erleben können, auch noch in den 90ern. Durch diese technischen Weiterentwicklungen, Camps und Co, technisches Klettern war sehr, sehr einfach, ist sehr, sehr einfach geworden. Das alles führte natürlich dazu, dass wir sehr viele Erstbegehungen von neuen Wänden und so weiter hatten. Dann kamen die 10er Jahre, wo Legenden wie David Lama dann natürlich versuchten, diese ganzen technischen Erfolge dann nochmal clean zu klettern oder frei zu klettern. Also wir hatten da jetzt so eine sehr, sehr spannende, lange Zeit. Jetzt haben wir natürlich so ein technisches Plateau erreicht und damit auch ein Entwicklungsplateau im Alpinismus. Bedeutet im Prinzip nichts anderes, als wenn sich jetzt jemand nicht irgendwie waghalsigeren Dingen widmet, dann wird es wahrscheinlich nichts Neues mehr geben, außer eben man traut sich ganz viele neue Dinge. Beziehungsweise man akzeptiert auch irgendwo, dass es eine logistische Herausforderung wird, zum Beispiel im Himalaya neue 6000er zu besteigen. Denn das ist durchaus sehr schwierig teilweise, weil die, die wirklich gut zu erreichen sind, naja, die wurden eben schon bestiegen. Und Heart of Stone reiht sich sehr gut eigentlich in diese Liste der Erstbesteigungen, der beeindruckenden Erstbesteigungen ein. Und das ist eben das Besondere. Sie war noch 2021. Sie ist eigentlich schon sehr, sehr spät dran. Dafür, dass eben diese technischen Möglichkeiten schon eine ganze Weile bestehen, es da nicht viel Weiterentwicklung gab. Das bedeutet, man muss sich jetzt eben in der psychischen Leistungsfähigkeit und auch im technischen Können weiter verbessern, um noch neue Maßstäbe setzen zu können. Insofern sehr, sehr beachtliche Leistung. 1000 Meter ist sie immerhin hoch, diese Route, oder lang, diese Route M7. Das bedeutet im Prinzip, das ist schon richtig, richtig harte Scheiße. 50 bis 90 Grad Steigung. Ich meine, da muss man nicht drüber reden. Das ist wahnsinnig anspruchsvolle Kletterei. Und dementsprechend cool, dass das so einfach gelang. Was heißt einfach? War natürlich definitiv nicht einfach. Aber dass es gelungen ist, ist schon mal ziemlich, ziemlich geil. Ja, und wenn wir über den Mai sprechen, dann müssen wir eigentlich fast über den Mount Everest sprechen. Wir können es uns fast nicht erlauben, den Mount Everest jetzt einfach auszuklammern. Denn der Mai, naja, das ist der Monat von Mount Everest und Co. Also von all den nepalesischen Achttausendern und auch Siebentausendern, die sind gerade im Mai richtig, richtig begehrt und beliebt. Und da müssen wir eben, wir können es leider nicht anders machen, auch über Corona sprechen. Corona hat ja im Jahr 2020 schon für einige Furore gesorgt und im Alpinismus leider auch 2021. Denn wir haben eine wahnsinnig krisengebeutelte Situation in Nepal. Immer noch übrigens, auch wenn man davon nichts in den normalen Medien hört. Denn das ist einfach zu weit weg, das ist zu arm, das ist zu irrelevant. Kann man jetzt mal ganz böse für die westliche Welt bestimmt sagen. Aber dass Corona in Nepal eine unfassbare Zerstörung angerichtet hat, das ist nun mal Fakt. Aber leider hat es dem Tourismus überhaupt nicht, unter Anführungszeichen, geschadet dort. Also die Basislager waren zum Bersten gefüllt und die Leute waren ganz heiß darauf, in Nepal bergsteigen zu gehen, obgleich der Tatsache, dass dort alles in den Arsch geht. Naja, gut, Moral kann man sich nicht kaufen, schade, schade, aber egal. Dann ist es eben so, dann gehen die Leute eben trotz Corona auf den Mount Everest und es passiert, was passieren muss. Naja, Corona bricht eben in den Basislagern aus. Viele Sauerstoffflaschen wurden übrigens für diese Besteigung von der nepalesischen Versorgungskette abgezweigt, um eben genug Sauerstoff für die Bergsteiger zu haben. Leider gab es ein großes Sauerstoffknappheitsproblem in Nepal, vor allen Dingen in Kathmandu, was die Versorgung der Krankenhäuser betrifft. Man sollte sich also da Gedanken machen an alle Leute, die vielleicht im Corona-Jahr 2021 am Everest oder in anderweitigen 8.000er Gebieten, 7.000er Gebieten Bergsteigen waren, ob sie damit nicht vielleicht den ein oder anderen Krankenhausaufenthalt ein bisschen unangenehmer gestaltet haben für Menschen, die eigentlich überhaupt nichts dafür können, dass sie in so einer prekären Lage leben. Das möchte ich jetzt hier mal so ganz zynisch stehen lassen und sagen, danke euch jedenfalls für diesen Beitrag zur Pandemie in den ärmsten Ländern der Welt. Ziemlich harte Sache, aber wer auf die 8.000er will, der muss sich ja scheinbar nicht unbedingt was um den einfachen Mann, die einfache Frau scheren. Gut, lassen wir das einfach mal so dahingestellt. Es war für mich persönlich nicht sehr erfreulich. Ja, also ich war da schon eher, ja, etwas sauer, als ich das gelesen habe. Naja, gut. Kommen wir einfach mal, machen wir mal einen Sprung über den Sommer. Im Sommer, da ist ja alles immer so, da ist Sommerpause für die Leute, die jetzt gerade irgendwie in Nepal oder in Pakistan Bergsteigen wollen, im Himalaya generell. Und hier läuft in den Alpen eigentlich alles so fröhlich dahin. Die großen Herausforderungen, die findet man im Sommer mittlerweile ja eher selten. Das sind dann eher so Frühling oder Herbst. Da gibt es dann spannende Mixed-Klettereien durch spannende Wände etc. Aber na gut, also im Sommer, da ist halt so die kleine Sommerpause. Und was tut man in der Sommerpause? Naja, man nutzt das gute Wetter und geht vielleicht mal klettern. Und ja, das passierte auch auf Plastikwänden. Und gerade dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Denn das erste Mal kam Klettern zu Olympia. Oder Olympia kam zu Klettern. Wie auch immer, egal. Jedenfalls kam es dazu, dass wir das erste Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele das Sportklettern, beziehungsweise besser gesagt das Hallenklettern, vertreten hatten. Und das war für mich gerade ein ganz besonderer Punkt. Denn ich komme aus dem Klettersport oder ich komme unter anderem aus dem Klettersport. Und das Klettern liegt mir im Blut. Und ich liebe es und ich mache es sehr gerne. Und es hat mich sehr gefreut, dass dieser Sport es mal zu den Olympischen Spielen geschafft hat. Es hat mich natürlich überhaupt nicht gefreut, wie dieser Modus ausgetragen wurde. Denn ich weiß eben von vielen bekannten Kletterern, mit denen ich halt gesprochen habe zumindest, dass die da einfach damit nicht einverstanden waren, dass die das überhaupt nicht gefreut hat, dass die diese Kombination hatten. Es gab auch ein paar, denen war das egal. Aber so richtig gefreut darüber hat sich eigentlich niemand. Diese Kombination, das war ein Verhau im Prinzip. Kaum einer war wirklich glücklich danach. Es gab nur einen einzigen Menschen, bei dem feststand, dass egal was man macht, diese Person jedenfalls viele Medaillen abräumen würde. Oder zumindest die eine, die eben bei der Kombination vergeben wurde. Und das ist Janja Garnbrett. Aber ansonsten waren eigentlich alle so ein bisschen, naja, verzwickt, was Olympia betrifft. Das hat natürlich nicht nur was mit der Kombination zu tun gehabt. Es hatte natürlich auch was mit den Umständen zu tun. Man muss dazu sagen, Kletterer trainieren ja unfassbar vielseitig, aber auch unfassbar isoliert. Also sie konzentrieren sich sehr, sehr stark auf ihren Tagesablauf. Das ist schon ein wahnsinniges High-End-Leistungssport-Level, was die da, also es geht gar nicht mehr. Die müssen auf die Minute genau essen, die müssen auf die Minute genau trainieren und so weiter. Die haben ein sehr engmaschiges Kontrollsystem, auch was psychische und physiologische Leistungen, den Zustand betrifft. Und all das war natürlich dank Corona wahnsinnig schwierig. Und natürlich hatte Japan oder Tokio, besser gesagt, ein großes Interesse daran. Keinerlei Corona-Ausbrüche. während der Olympischen Spiele verzeichnen zu müssen. Und das, naja gut, das gelang es mir so nur bedingt. Aber das alles führte dann eben zu sehr vielen Einschränkungen, zu sehr vielen Problemen. Ich kann dazu übrigens auch den Instagram-Kanal von Alex Migos empfehlen, denn er hat das relativ gut dokumentiert. Oder er hat darüber sehr viel geschrieben unter seinen Instagram-Posts, wie das denn so war, dass man immer in Isolation verbringen musste, dass man in Isolation trainieren musste, dass es nur ganz spezifische Zeitfenster gab und so weiter. Also, ja, es war sehr schwierig, aber die Olympischen Spiele fanden ja statt und das Klettern fand statt. Und in diesem Sinne will man jetzt lange drüber diskutieren und sich ärgern. Naja, hoffentlich wird das alles nächstes Mal überarbeitet. Hoffentlich wird das alles ein bisschen weitergedacht. Sagen wir es mal so, es war ein erstes Mal und dementsprechend kann man ja jetzt mal einfach mal auch drüber hinwegsehen, dass es das ein oder andere Problem da gab. Ende August, da gab es dann nochmal etwas sehr, sehr Spannendes. Es gab einen neuen Speed-Rekord am Mont Blanc. Ich habe gesagt, 2021, das war so ein bisschen, ja, das war so ein bisschen das Jahr der Speed-Ascens, muss man sagen. Die Speed-Bergsteiger, die kamen dieses Jahr voll auf ihre Kosten und man muss auch ehrlicherweise sagen, es ist ein kleiner Trend, der sich abzeichnet. Man kann das auch im Hobbysport ganz gut sehen. Jeder will so schnell wie möglich am Berg oben sein und wir entfernen uns von dieser Trail-Running-Kultur hin zu einer so schnell wie möglich Bergsteigen. Denn natürlich ab einer gewissen Steigung, ab einer gewissen Komplexität, ab einer gewissen technischen Voraussetzung, da können wir nicht einfach nur noch von Trail-Running sprechen. Also da kann man einfach nicht nur noch mit den La Sportiva-Sommer-Bushidos irgendwo mal schnell hochlaufen und so war das eben auch am Mont Blanc. Und mit 6 Stunden 35 eine wahnsinnig beachtliche Leistung vom Tal bis zum Gipfel, das ist schon wirklich, wirklich stark, das ist unfassbar stark. Und dafür, dass es dann natürlich auch diese technischen Ansprüche gibt, die jetzt am Mont Blanc nicht gewaltig sind, aber eben doch vorhanden sind, kann man hier nicht mehr von Trail-Running sprechen. Da können wir dann schon eher von Speed-Hiking, von Speed-Assence am Berg sprechen. Wie gesagt, ich glaube, es wird in Zukunft noch viel, viel mehr Menschen geben, die sich diesem Sport, in dieser Subdisziplin widmen. Gerade das Speed-Bergsteigen hat viel Potenzial für neue Rekorde. Aber da möchte ich auch in gewisser Weise einhaken. Die Speed-Assence sind natürlich eine ganz, ganz schwierige Disziplin des Alpinismus. Denn auch Uli Steck wurde schon immer vorgeworfen, er beschäftigt sich im Prinzip ja nur mit der Zeit und nicht mehr mit den Schwierigkeiten und so weiter. Aber da muss man auch ganz klar sagen, Uli Steck beschäftigte sich auf der einen Seite natürlich immer sehr stark mit der Zeit. Er hat sich sehr stark über seine Leistungen definiert, was er auch selbst zugegeben hat. Auch seine Sponsoren, auch seine öffentliche Arbeit, auch seine Auftritt, das war alles sehr stark an seine persönlichen Leistungen geknüpft. Auf der anderen Seite hat er aber die Komplexität seiner Projekte ja nie gemieden. Man darf ihm nicht vorwerfen, dass er immer den einfachsten Weg genommen hat. Das sieht man ja beispielsweise an der Durchsteigung der Matterhorn-Nordwand oder der Eiger-Nordwand als Speed-Assence. Er hat im Prinzip den Wahnsinn des extremen Bergsteigens kombiniert mit dem Wahnsinn des extremen Leistungsdrucks. Und diese Kombination, die hat es im Prinzip ausgemacht. Und ich muss sagen, bis heute haben wir hier keinen neuen, oder Anführungszeichen natürlich, neuen Uli Steck entdeckt. Es gibt bis heute keinen Menschen, der sich so fokussiert auf Komplexität und Leistung gleichzeitig konzentrieren kann, wie es dazu als Uli Steck konnte. Eben genau deswegen ist und bleibt ja eine gewaltige Legende, die niemals sterben wird. Das ist vollkommen ausgeschlossen, denn er hat das gemacht, was bis heute kein anderer mehr nachmachen konnte. Bedeutet, wenn ihr Bock habt, richtig schwer Bergsteigen zu gehen und richtig, richtig schnell seid, dann könnt ihr euch ja auch mal dann versuchen, naja, die Eiger-Nordwand in zwei Stunden abzufrühstücken. Ich wünsche jedenfalls sehr viel Erfolg, egal wer das probieren möchte. Einen kleinen Nachtrag möchte ich dann auch noch zum Thema August hinten anstellen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ich möchte da auch noch mal kurz ein bisschen was dazu erklären. Claudia Schmidt. Claudia Schmidt ist eine ganz besondere Frau gewesen. Sie ist 1964 geboren worden und ist dieses Jahr im August gestorben. Claudia Schmidt war keine berühmte Alpinistin. Sie war auch keine Groß, also sie hat auch keine Extremleistungen vollbracht. Sie hat eigentlich, sie war eigentlich einfach nur eine sehr bergbegeisterte Frau. Claudia Schmidt war genau das, worüber wir heute eben die ganze Zeit nicht gesprochen haben, nämlich über extreme Geschwindigkeit, über extreme Schwierigkeit, über das Extrem, über das Extrem, über Himalaya oder sonst was. Claudia Schmidt war ein Mensch wie du und ich im Prinzip. Sie war jedenfalls eine ganz besondere Frau. Sie war eine wahnsinnig nette Persönlichkeit. Sie war immer gut drauf und vor allen Dingen, sie war die Legende, was Klettersteige in Österreich und Norditalien betrifft. Sie hat gefühlt jeden Klettersteig schon mehrfach gemacht, den es in Österreich gibt und auch in Süddeutschland. Es gibt, glaube ich, keinen Klettersteig, wo nicht mindestens einmal Claudia Schmidt vorbeikam. Man nannte sie auch die Iron Lady. Klettersteige waren ihr Ding. Sie machte sich nicht so viel aus dem Alpinklettern, obwohl sie das auch zeitweise betrieb. Sie kam eigentlich aus einem vollkommen anderen Leistungssport und hatte damit nichts zu tun. Sie hat das nicht beruflich gemacht. Sie war einfach wahnsinnig gerne auf Klettersteigen unterwegs und sie hat sehr viele Fotos gemacht. Sie hat sehr schöne Fotos gemacht. Sie hat sehr tolle, tolle Tourendokumentationen gemacht. Und ich finde es wichtig, dass man Menschen, die so viel Einsatz vollkommen kostenfrei zur Verfügung gestellt haben, auf Facebook beispielsweise in den Klettersteiggruppen, da war Claudia Schmidt im Prinzip jeden Tag irgendwo unterwegs, hat schöne Fotos gemacht, hat viele Infos geteilt, hat aktuelle Infos geteilt, war immer die erste in einem Jahr, die Klettersteig ausprobiert hat und dann Informationen über Schneelage und Co. gegeben hat. Und das alles war so eine Selbstverständlichkeit und sie war dabei so ein fröhlicher und selbstverständlicher Mensch. Sie hat das alles mit so einer Selbstverständlichkeit und so einer Klarheit gemacht. Ich möchte an dieser Stelle jedenfalls nochmal an Claudia Schmidt erinnern. Ich möchte sagen, jedes Mal, wenn ich auf einen Klettersteig gehe, dann weiß ich, Claudia Schmidt war auch schon mal hier und das freut mich fast schon ein bisschen. Denn egal, wo du jetzt bist, liebe Claudia, ganz viele Menschen denken an dich, wenn sie in den Klettersteigen unterwegs sind. Du wirst niemals in Vergessenheit geraten, denn du bist mit wahrscheinlich zehntausenden Fotos in ganz vielen Klettersteig-Beschreibungen auf den diversen Websites vertreten. In diesem Sinne danke ich dir für alles. Ich habe schon viele Fotos von dir gesehen. Ich habe mir auch schon viele Tourenbeschreibungen von dir durchgelesen, bevor ich auf eine Klettersteig-Tour gegangen bin, weil ich weiß, auf die Claudia kann man sich verlassen und auf die Claudia wird man sich auch weiterhin verlassen können. Das ist auch irgendwo das Schöne am Internet. Wir geraten nicht mehr einfach so in Vergessenheit, weil in dem Fall Claudia hinterlässt sehr, sehr große Spuren und das wird ihr niemals irgendjemand vergessen. In diesem Sinne Dankeschön für alles, Claudia. Sprechen wir jetzt noch über eine alpinistische große Leistung, die es meiner Meinung nach wirklich, wirklich verdient hat, besprochen zu werden. Danny Arnold meldet sich tatsächlich mal wieder zurück. Es wurde ja sehr still um diesen Top-Athleten von Mammut und ja, man kann sagen, er hat eigentlich auch schon alles erreicht, was man erreichen will. Er ist ein Alpenfreak, er ist definitiv der größte Free-Solo-Alpinist, den ich, den ich, den ich kenne und da rede ich jetzt nicht von der Körpergröße, sondern unter den lebenden Alpinisten ist Danny Arnold wahrscheinlich auch immer schon der größte Konkurrent von Ueli Steck gewesen, auch wenn die zwei keine Konkurrenten waren, aber so jetzt vom Leistungscharakter her betrachtet und eine Stunde 43 brauchte er jetzt, um die Petit-True-Nordwand zu durchsteigen und zwar das Ganze auch gleich mal Solo. Insofern, das ist schon eine gewaltige, gewaltige Leistung. Er hat es natürlich mit der Matterhorn-Nordwand und der Eiger-Nordwand auch schon diverse Male bewiesen, dass er einer der besten Alpinisten der Welt ist. Er ist kein sehr vielseitiger Alpinist, er ist nicht im Himalaya viel unterwegs, er ist nicht viel in den Anden unterwegs, aber in seinem Heimatgebiet, in den Alpen, da kann ihm eigentlich keiner mehr was vormachen. Das ist schon wirklich, wirklich große Klasse, was er da macht. Deshalb großen Respekt für diese Leistung. Im September war es soweit, da hat er das dann alles geschafft. Die Bedingungen haben perfekt gestimmt. Insofern, das war schon richtig, richtig cool, was er da abgeliefert hat. Ich bin da sehr, sehr beeindruckt davon. Die Petit-True-Nordwand ist eine gewaltige Nordwand. Sie ist mittlerweile auch schon wirklich, wirklich gefährlich. Insofern, sehr großen Respekt dafür, dass man sich da noch Free Solo einsteigen traut. Das hätte ich so nicht erwartet, dass man das noch tut. Grundsätzlich Nordwende in den September-Monaten, August-Monaten noch zu klettern, das ist etwas, was selten wurde und das einfach vollkommen zurecht, weil die Steinschlaggefahren durch die Klimawärmung natürlich extrem gestiegen sind. Und naja, ich verstehe, dass sich das sehr viele Leute nicht antun wollen. Sagen wir es mal so. Sprechen wir jetzt zuletzt ganz kurz noch über ein Thema, das ja vor zwei Wochen schon im Podcast behandelt wurde, deswegen müssen wir da jetzt nicht so viel ausholen. Zum Schluss dieses Jahres, im November, Ende November, erschien der Film 14 Peaks Nothing is Impossible von Nirmal Purja, der binnen sieben Monaten oder sechs Monaten, sechs Tagen alle 14 Achttausender besteigen konnte. Dieser Film ist natürlich ziemlich eingeschlagen. Ich habe ja sehr viel darüber gesprochen. Auch hier nochmal Nirmal Purja, ein großer, ein großer, großer Name, was den asiatischen Alpinismus betrifft. Ich bin ja wirklich, wirklich gespannt. Ich bin ja wirklich gespannt, ob es irgendwann dazu kommt, dass wir nepalesische Bergsteiger für neue Wagnisse, für neue Projekte in den Alpen sehen und stattdessen nicht mehr so viele westliche Bergsteiger im Himalaya sehen. Also wir sehen natürlich, wir haben ja überall diese Local Groups. Also wir haben ja, habe ich ja gerade darüber gesprochen, Danny Arnold ist im Himalaya ja quasi nicht vorhanden oder in den Anden. Dem geht es um die Alpen und da ist er einfach der Beste. Aber wir haben auf der anderen Seite zum Beispiel Nirmal Purja, der ja vor allen Dingen im Himalaya jetzt berühmt wurde die letzten zwei Jahre. Was ist eigentlich, wenn wir den Danny Arnold mal nach Nepal schicken und wir fliegen den Nirmal Purja aufs Matterhorn ein? Ich frage mich, was da dann noch so möglich wäre. Ich meine, da kommen dann vielleicht frische Ideen auf, vielleicht kommen da ganz neue Ansätze für Routen und Linien auf Bergen, die wir eigentlich schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten kennen, auf die man dann vielleicht noch gar nicht so gesehen hat und vielleicht dann sogar durchstiegen werden. Wer weiß. Also Nirmal Purja mal in die Alpen bringen und schauen, was der da so fabriziert. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber man muss natürlich dazu sagen, das Bergsteigen dort ist ein ganz anderes Bergsteigen als hier. Wir haben hier keine Kultur, dass wir mit Fixseilen arbeiten, über kritische Stellen etc. Das ist bei uns ja wirklich, wirklich selten. Ganz anders ist das in Nepal, wo man das ja sehr gerne macht, dass man einfach gerade die langen, schweren, steilen Passagen mit Fixseilen absichert, um sich einfach viel zu ersparen, viel Risiko wegzunehmen. Das ist ja bei uns überhaupt nicht die Kultur. Also ja, wir bauen Klettersteige etc. Aber wenn wir jetzt von großen, alpinistischen Projekten sprechen, dann geht es da ja meistens um Zweiergespann oder vielleicht sogar Free Solo. Also ganz anderes Bergsteigen, ganz anderes Stil. Wir haben auch ganz andere Gefahren, ganz andere Objektive gefahren. Insofern wäre mal spannend, sich da so ein bisschen auszuprobieren, wenn man die nepalesischen Top-Bergsteiger mal so ein bisschen in den Alpen herumturnen lässt, denn die nepalesischen Bergsteiger können bei uns den genetischen Vorteil, den sie haben, ja gar nicht ausspielen. Also bleibt dann am Ende nur die technische Fertigkeit und da wäre ich ja tatsächlich sehr neugierig, ob wir von denen da noch einiges lernen könnten oder ob die Stärke tatsächlich einfach nur im Höhenbergsteigen liegt und gar nicht so im technischen alpinen Bergsteigen. Das fände ich mal spannend. Mal ein ganz neuer Gedankenansatz, mal ganz was anderes. Denn westliche Bergsteiger im Himalaya, das hat man ja jetzt schon oft gesehen, also ich meine spätestens in den 1970ern hat man da echt schon das Interesse daran verloren, dass irgendwie ein Österreicher oder ein Deutscher oder ein Italiener nach Nepal fliegt und dort Berge besteigen geht, das ist ja seit den 70ern schon langweilig. Also mal was Neues ausprobieren, warum nicht? Mal sich anschauen. Naja, in diesem Sinne, das war das eigentlich letzte große Ereignis, was 2021 noch passiert ist. Kleine Randnotiz kann ich noch einschieben. Ein jemand, der bei mir am Kanal schon mal im Interview war, Simon Messner, hat die Bonatti-Route an der Matterhorn-Nordwand wiederholt. Eine Route, die unfassbar selten wiederholt wird. Auch das ist 2021 noch passiert. Shoutout an dieser Stelle an ihn. Es freut mich sehr für ihn, dass er so eine alpinistische Top-Leistung über die Runden bringen konnte und das wirklich geschafft hat. Sein Turmbericht dazu ist absolut genial. Ich verstehe nicht, wie er das überleben konnte, aber er hat es überlebt und sein Kollege Martin Sieberer natürlich auch und das ist eine sehr coole Geschichte, die sollte man sich mal durchlesen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu, unter Anführungszeichen, klein, aber zu klein aufbereitet, um das jetzt im Podcast zu besprechen, aber der Artikel dazu, es gibt ein paar Artikel dazu im Internet. Es kam leider nicht so groß raus, wie es eigentlich sollte, weil es halt unter Anführungszeichen nur eine Wiederholung war, aber es freut mich jedenfalls sehr für ihn, dass das so gelang. In diesem Sinne, ich habe mich sehr gefreut, 2021 diesen Podcast so moderieren zu können, auch wenn es nicht lückenlos war. Ich glaube, dass es sehr cool ist. Ich finde es cool, wie viele Leute sich den Podcast runterladen beziehungsweise anhören. Ich finde das sehr, 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 sehr toll. Es wird in Zukunft genauso weitergehen. Ich werde in Zukunft versuchen, das ist mein Vorsatz fürs Jahr 2022, mehr Gäste einzubinden in den Podcast, damit man mal ein bisschen diskutieren kann, damit man mal ein paar Streitgespräche führen kann. Ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial drin und ich hoffe, dass euch der Podcast 2021 den ein oder anderen Gedankenanstoß mitbringen oder mitgeben konnte. Ich weiß, es ist immer mal wieder sehr, sehr kontrovers gewesen und wie gesagt, ich versuche sehr, sehr gern auch mal so ein bisschen überspitzt zu formulieren, um auch wirklich mal die Meinungen der Leute zu hören, denn ganz oft ist es leider so, wenn man sich sehr zurückhält, dann kriegt man meistens auch nur sehr zurückhaltende Meinungen, aber mich interessieren die Meinungen von euch, von allen Zuhörern eigentlich schon immer sehr stark, also auch dazu, wenn ihr eine Meinung zum Podcast habt, wenn ihr eine Meinung zu einem Thema habt, ihr seid sehr dazu ermutigt, bitte an dieser Stelle, an kontakt.alpenacademy.at Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Podcast- Beschreibung oder in der YouTube-Beschreibung, zu schreiben, was ihr denkt oder was ihr für eine Meinung zu einem Thema habt, das machen ja viele von euch auch immer wieder mal und das finde ich auch sehr angenehm, sehr cool, ich antworte da auch immer drauf und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr jetzt noch wunderschöne Weihnachten habt oder hattet eigentlich, dass ihr noch wunderschöne Feiertage habt, dass ihr ein wunderschönes neues Jahr feiert und denkt nicht zu viel an Corona, denkt lieber daran, dass das Jahr 2022 wieder für uns Bergsteigerinnen und Bergsteiger eine starke Erfahrung werden kann, dass wir da wieder viel erleben können und dass wir vielleicht auch gemeinsam, wer weiß, sehr viel unternehmen können. Seid gespannt, das Jahr 2022 wird wirklich spannend, es wird cool, ihr werdet viele neue Dinge sehen auf dem YouTube-Kanal, aber auch auf ganz anderen Medien, die jetzt gerade noch in den Kinderschuhen stecken und 2022 dann Wirklichkeit sind. Insofern, danke fürs Zuhören, auch im Jahr 2021, danke für eure Aufmerksamkeit, danke für eure Unterstützung auch, ich freue mich sehr, wenn ihr das Projekt finanziell unterstützt, weil ihr der Meinung seid, das Alpen Academy Community Projekt ist eine gute Idee und das ist eine gute Sache, dass es das gibt, das freut mich wirklich sehr. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit, rutscht gut ins neue Jahr und Berg Heil.